und herzlich willkommen und mal schnell 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 mit sanjo und kashi hallo hallo es sind es sind militärs leute ich brauche ja ja und militär leute randa mit meinen neuen pfeil ganz prima ja deswegen haben wir die aufnahme auch gestartet bei ihm hat man dort da ist und dann auch noch militärs leute das ist richtig vielleicht aber kriegt man mal laut ab nicht daun der steht noch mal auf der trinke und ich ist vorbei die geben ja ordentlich xp die leute ich auch nicht meine güte nein der lebt noch der lebt noch es war meiner es war meiner jawoll oh man ist ja auch noch welche was ist das für leute da was wollen die ich hab's nur klick gehört ne wo haben wir keine munition mehr drin das wäre dein abschluss gewesen wahrscheinlich weil das klick kam nämlich eher ja ja kacke ich müsste mir jetzt muni holen verdammt das ärgerlich na gut ich habe ja das gute wenigstens dass ich dass ich fünf schuss in meine pistole drin habe das stimmt das stimmt meins ist jetzt gleich kaputt jetzt müssen wir mal schnell reparieren gehen kann man das schon reparieren ich glaube ja ne ja ich muss eh essen ah munition nun dann snack ich mir mal hier mal äh bohr mal raus jo snacky wie snack snack wanzig schuss nehme ich mir mal raus die kann erstmal wieder weg was haben wir denn auch hier wir haben noch einen Garten oh guck mal ich kann noch schütteln klug 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 ja machen wir nachher wir mit anfleißen ja nun so so jetzt muss ich auch mal munition mal schnell rausnehmen und meine waffe reparieren ihr müsst aber auf jeden fall auch mal aufpassen dass wir noch ein bisschen was Öhm Öhm ja stimmt weil der lässt ja den Ofen die ganze Zeit brennen ohne dass da irgendwie was eingefüttert wird ja hab ich gerade gar nicht dran gedacht Zeug ist ja noch genügend da soweit was öffnen wir jetzt ich habe ein munition stöhnt eigentlich die liebe Fledermausch für die ganze Zeit hier so rum ich weiß es nicht ich weiß es nicht mit dem geschmiedeten Eisen kann man jetzt hier so ein bisschen was verstärken war unten rum öh oder womit macht man das unten rum wo denn so und das Haus so ich habe keinen Keuschheitsgürtel an und ich habe keinen Keuschheitsgürtel an ich würde jetzt nicht unbedingt das geschmiedete Eisen dafür benutzen um das Haus zu verstärken sondern ich würde dann eher dir raten dass du das dann erstmal die Blöcke ab machst immer so einzeln und das dann durch Cobblestone und den dann einmal aufwerten ja welche Cobblestone was für Cobblestone warte 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 du musst dir das doch erklären ah ich lege dir mal in die Mitte von der Materialkiste was rein damit machst du das nicht was ist das für ein Geräusch Geräuschrecke jetzt ist es weg guck mal da hast du in dem Sinne einmal Pflastersteine ja das ist Cobblestone so heißt es auf Englisch ähm ja und mit denen kannst du dann so gesagt ähm Steinplattenblöcke machen die kannst du dann mit den Pflastersteinen noch einmal aufwerten das sind glaube ich dann 1500 was du dann da hast würde ich dann eher das damit machen dafür brauchst du halt blamige Erde ne und Steine ähm wo finde ich das warte mal wo finde ich warum nimmst du nicht den Erdbohrer na aber um die Steinplattenblock zu machen brauche ich Pflastersteine ach und die die bekommst du aus kleine Steine und nehmige Erde kannst du dir herstellen die Pflastersteine ah jetzt habe ich es gekriegt ah du brauchst dann halt in dem Sinne ich würde dann auf jeden Fall nicht zu viele Pflastersteine als erstes machen oder die Blöcke halt weil du brauchst ja noch ein bisschen Pflasterstein um die dann einmal aufzuwerten ok oder du tust halt Steine und und Dingsammeln aber ich habe gerade vom Buddeln her habe ich jetzt nochmal tausend Steine irgendwas da hinschmeißen muss dann halt bloß Erde nochmal irgendwie gesammelt werden damit kannst du dann zum Beispiel unten schon mal verstärken weil 1500 ist nicht ganz so schnell klein gekloppt wie ja ja du siehst ja in Sanyo seinen Dingern da und hat er ja auch mit Pflasterstein gemacht also geh ich jetzt einmal rundherum ums ja und mach erstmal die Holzdinger weg und dann jo aber mach immer nacheinander irgendwie nicht zu viel weg machen nein ja na das ist du kannst ja aussuchen entweder machst du 3 hoch weil ich glaube normal dürfen sie bis zu 3 schlagen 3 rein hoch hier glaube ich dürfen die gar nicht hoch schlagen ok so jetzt hat mich die liebe Fledermaus wieder so abgelenkt dass ich gar nicht essen war und pass auf die Tür auf weil wenn du zu viel abhaust dann geht die Tür raus ich war auch nicht essen siehste hab ich ganz vergessen so liebe Leute meine Tagesaufgabe besteht jetzt wir und nein ich zwing niemanden hier was auf so schön wie er Sanyo das erzählt hat äh machen wir uns ein schönes Haus kannst du mal wieder ein bisschen Schinken und Speck machen Schinken und Speck naja Schinken und Ei Entschuldigung ja das ja brauchen wir eigentlich dieses widerliche Vordach nein kann ich das weg machen schon angesetzt oh Sanyo ja ja ich versteh dich nicht was ich glaub du die ganze Hütte auseinander bauen die verrückten bestimmt so eine Melakunta bunt irgendwie in Pink oder sowas ja deswegen sag ich ja keine keine Farbeimer geben obwohl Pink ist ja nicht ihre Farbe das wissen wir nee um Gottes Willen wenn wir bei ihr PUBG geguckt haben aber ich hab nichts Pink ist das neue Schwarz nee definitiv ich will nicht schon wieder ein pinkes T-Shirt haben wie viele Boxen waren das 100 Stück was du geöffnet hast ja ach ja stimmt 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 jetzt kann ich mich erinnern mein Case Opening jawoll und da hast du nur Packe drinnen ja hm ja könnte man so sagen auf jeden Fall viele pinke Oberteile das stimmt was brabbelst du in dein Bart ich hab gar keinen Bart du Eule ich weiß ach ne weil die sind so ganz komisch der Sand hier ist ganz falsch um meinen Bunker drum rum vielleicht lag es deswegen daran der Stunt ist in deinen Bunkern ja weil der ist nicht richtig gemacht hier das ist ganz alles verschoben oh vielleicht haben die sich deswegen so gebackt das versteht ihr jetzt nicht ne wahrscheinlich wann soll ich denn hier eigentlich fertig werden spät bitte vor Tag 14 oh je so hm hast du jetzt grad gehört wann soll ich denn fertig werden so schnell wie möglich muss man sowas fragen entschuldige bitte ja kostet ein Tag Zeit oh wie soll denn das funktionieren hm hm nicht so wenig Luft gucken arbeiten derzeit mal ein bisschen Sandelschippen aber das ist schon richtig aber das ist nicht richtig aber das ist nicht richtig also Leute ihr seht das kann echt dauern ja ja monataufgaben was monat solltest du auch mal auch ein bisschen was skillen dafür dass du dann auch ein bisschen mehr Damage macht ne wie zum Beispiel meiner 69er Moment Moment Tyrannosaurus Rex oder ne Tyrannosaurus sexuell Tyrannosaurus doch da machst du mehr Block Schaden und hältst auch mehr und machst auch weniger nein 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 aber mehr Block Schaden also äh 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 Schienen kannst du mir das jetzt nochmal sagen ich habe nämlich zwei Punkte zu vergeben Ich weiß Sexual Tyrannosaurus tust du einfach bloß den Stumble um die Ausdauer genau ja davon rede ich doch ne ich muss jetzt einfach mehr block damage nein du kannst entweder ein Attribut strange ähm Ding Attribut strange kannst du was rein machen das tut melee in Block Damage machen also das tut immer so ein Stückchen machen und meiner 69er tust du dann auch nochmal Block Damage machen also was du halt abhaust gut auch so wie Matterloader hast du dann auch da hast du ne da kriegst du mehr 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 Erzeugnis raus ja ja ok 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 so ok 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 von zwei mal vier blöcken reicht das ja ich denke schon oder warum kann ich das unten nicht machen das geht das ist total verschoben leberstock und stein das macht also damit gleicht denn es eben an sieht man was man weg machen muss und das ist dann ja auch schön gleichzeitig viel er hatte die kann ich nämlich gut gebrauchen ich auch was brauchst du denn da er hat ja da brauchst du auch viel richtig weit gesagt für die maus macht zwei oder drei ich würde sagen drei löcke nach oben und das wird sollte eigentlich definitiv reichen nicht dass du jetzt meinst du musst das ganze haus jetzt hat da stein da irgendwie machen ist dann echt ewig beschäftigt hallo man ob das haus soll ja auch spüren und jeder zermied der irgendwas zerstört der wird gefeilt jetzt hast du ja bei dem monatsaufgabe gestellte damit mit der aussage ja ist aber nicht stimmt das gerne man soll sich ja auch wohlfühlen sein ja trotzdem eher überleben ob es jetzt schön ist ist denke ich mal zwei dran ja ist gut dann mache ich halt überlebens fähig das haus so wenn irgendjemand mal ganz viele tolle langeweile hat kann sicher dann einer dann irgendwann aber ich glaube ihr habt da keine langeweile dazu eine fallgrube macht die ausbuddeln und dann auskleiden mit cobblestones klingt ja schon mal nach dem plan ja überhaupt was bringt es wenn wir dann sehen ja 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 so kack kack meine güte was macht der rechner je ich mach doch hier nichts bei mir hat es auch gerade ein bisschen gehackt sagt die ganze zeit irgendwie durch weg wo da oder spielt gerade irgendwelche immer bei mir geht gerade aktuell gar nichts mehr mir ist mein hackton nur weg hallo rechner ich bin gerade bei aktuell ein frame ein fps mann das ist nicht gut wir gerade gar nicht so ich weiß nicht warum wir bewegen uns langsam fort von diesem ort des grauens kommen rechner hallo